Ja okay, das bringt mir natürlich relativ wenig, also da ist natürlich wahrscheinlich genau so platz wie der, dass ich nirgendwo alles platzieren kann. Hmmmm. Vielleicht bringt mir das was, wenn die Dinger sich drehen. Hm, das ist alles sehr komisch, das Ding rollt da jetzt runter und bam, rollt weg. Das wollen wir ja auch eigentlich nicht, also das ist blödsinn was ich hier mache. Ähm, gelbe Kugel durch gelben Ball. Kannst du euch platziert werden? Theoretisch kannst du hier platziert werden, wie könnte ich mir das jetzt sowas? Hm, ich will irgendwie... Kann die doch bestimmt drehen. Ah, ja, ich hab grad nur gesehen, dass ich mit der Maus zu drücken kann. Das leckt ein bisschen. Bisschen blöd. Schade, egal. Ähm, passiert. Ich würde gern wissen, wie ich die Dinger drehen kann. Kann ich die überhaupt drehen? Vielleicht geht das auch nicht. Ähm... Klemmen wir die mal. Das geht nicht so richtig. Okay, ne, das war nicht so ne tolle Idee. Haaa... Was habt ihr euch denn dabei gedacht? Hm, 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 hm. Wenn wir das einfach mal so liegen lassen... Ich brauche das Brett gar nicht mehr. Springt der Ball? Ne, er hilft nicht wirklich mehr. Nee. Die Musik, ey. Ist voll cool. Okay. Halt, aber dann kommt... Dann kommt vielleicht der... Warte mal... Muss ich... Da wieder was hoch. Moment, Moment. Ich hab ne Idee. Was wir sehen können sollte. Vielleicht tut ein tut. Hm. Der fällt jetzt hoch. Aha, guck mal. Das funktioniert schon. Aha! Die anderen Kugeln sind eigentlich nur dafür da, um mir den Weg schon mal zu erklären. Was ich nicht machen muss, ist einfach hier... Ein bisschen Dreck. Schaut mal. Dann fällt der da runter. Ich brauche den Fernseher gar nicht. Haha! Und dann wird die gelbe Kugel hier hochgetragen. Ich sag grad, wenn sich jetzt verklemmt, dafür kann ich aber nichts. Ähm... Perfekt. Und jetzt... wird die gelbe Kugel... da nach und nach... Ähm... hochgetransportiert. Und dann... kommen wir hier an dieses... Spinrad. Never! Du Arsch! Geht das eigentlich? Ist das eigentlich eher vielleicht logisch sogar? Zu sagen, hey, go! Ein Stuhl wäre hier viel cooler, weil der würde das ein bisschen schräger machen. Ja, guck mal, der würde das viel schräger machen. Klappt's jetzt? Hoffentlich. Ach, ist aber voll lang. Ach, ist aber cool. Das ist aber cool. Das ist aber cool. Jetzt bleibt nämlich der Ball nicht mehr da liegen. Guck mal. Jetzt geht der Ball da gleich hoch und der gäbe jetzt noch nicht mehr ansatzweiten Reichweite. Ist das ne... coole Konstruktion oder ist das ne coole Konstruktion? Da muss man erstmal... Das ist aber... Das ist das tolle finde ich bei diesem Spiel. Man muss erstmal dahinter steigen. Was man... Möchte man machen? Und dann... Wie mache ich es? Ich hab die ganze Zeit gedacht, ich müsste den Ball rückwärts bewegen lassen. Und dann irgendwann... Klar, ich kann die auch einfach so durch... Muchen. Super! Echt mega geil. So. Sorry. Ich war gerade ganz kurz abgelenkt. Es tut mir sehr leid. Wer braucht denn so viele Plastikbälle auf dem Dachboden? Los. Trennt die Plastikbälle fürs Recycling. Ah, guck mal eine an. Ich glaube, da weiß ich schon, was ungefähr auf mich zukommt. Nicht, wie das gelöst werden kann, aber... Ähm... Ich meine schon zu wissen, dass nur die blauen in die blauen und die gelben in die gelben Dinger reinfallen. Gucken wir mal kurz, ob das stimmt. Ist der rote jetzt einfach halt... Ne, ne, okay. Ah, die haben verschiedene Größen. Guck mal. Joa. Ist doch gut so, oder? Alle in die richtigen... Okay. Ähm... Die roten haben die größten Größen. Das heißt... Ah, guck mal. Die roten werden durch alle durchfallen. Dann werden die gelben werden. Aha. Jetzt verstehe ich, warum die durchfallen. Guck mal einer an. Wofür sollte ich den brauchen? Ich meine, man muss sich alle immer verwenden, ne? Gucken wir mal. Ja, die blauen fliegen jetzt durch. Oh, okay. Haha. Okay, ich hab den Müll einfach umgeschmissen. Ähm... Gucken wir mal so. Jetzt werden die gelben aufgefallen. Okay. Gut. Wir könnten jetzt natürlich sagen... Die blauen müssen da ja durchfallen. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Warum bleibst du hängen? Du blöde Kuh. Bleib doch nicht hängen. Bist du hängen geblieben, oder weh? Ah, ist das ärgerlich. Ist der gerade ein blauer? Ach man, warum bleiben die denn immer hängen? Äh... So. Könnten den ja auch hier oben gleich machen. So. So. Und so. Lass'n roter mit. Ah, der blöd Mann. Machen wir das einfach so. Müsst das funktionieren. Hoffentlich. Habe ich jetzt schon ein paar Mal gezeigt, ne? Ah, aber das ist cool. Ich liebe solche Rätselspiele, ja. Nein, was macht ihr? Komm, 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 komm. Ja. 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 Wir haben's geschafft. Hammer. Passt ihr noch was? Da kommt was. Da kommt der Müllerwagen. Super. Hammer. Also, ohne Scheiß. Das Spiel ist geil. Oh nein, ich muss doch etwas schwarzes Material an einen guten Freund liefern. Nun hat mein Auto aber einen platten Reifen. Ich brauche einen Ersatzkran, um es zu reparieren. Ach so. Ja, dann hauen wir dann doch erstmal in den oben hier. So, wir brauchen hier auf jeden Fall so einen großen Stein noch. Äh, genau, was du machst, du machst bestimmt so. Hier. Genau. Äh, wie lasse ich den hier starten? Gar nicht, ne? So geht das. Hm. Kann ich nicht das sehen? Das ist einfach so. Wow. Wow. Okay, das ist auch lustig. Kann ich dem Ding sagen, sei mal da, dich vielleicht ein bisschen vorschieben, dich ein bisschen zurück. Okay. Okay, das nutzen wir. Dude. Kann man den hier hinstellen? Okay. Okay.